auch völlig übermüdet kaputt gehe ich gegen das level weit viel dann das letzte mal verloren aber diesmal hoffe ich eine chance zu haben denn ich habe den roheimer so missionsbeschreibung wissen wir noch eine genauer manöver bla 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 ja ja die rino haben wir mittlerweile er zum glück hoff er mir bei dieser map was bringt das weiß ich nun nicht aber wir entziehen ach ja ich bin ja so ganz dumm position ich verpiss mich nach unten nur ich gehe nach rechts was sagt ihr rechts unten ich glaube ich gehe nach rechts unten okay dann starten wir mal die mission erstellen die dinge sperren und da bauen ein die station und die opta ein dann muss ich mal meine energie wieder aufpumpen hier lassen gleich luftabstellungen ja ich glaube ich habe mit fonds und kasten aber unten haben wir unsere panzer also packt die nach oben wir brauchen wie immer der steuerung die vertraut machen mehr oder weniger so welche steuerung war das ja die genauer schießen richtig so mal gucken ob ich diesmal einen schock sie in der map hier ich weiß auf jeden fall dass wir hier nachher genau in der gestaltung 1 plus bekommen mit abwehrabstellungen war das der zweite jungen irgendwo und die boppen habe ich auch letztes mal gesucht das war ja auch ein manöver letztes mal gewesen nicht richtig am arsch jetzt mal haben die mich die ganze ballert weil ich so dumm durch die jungen flogen so jetzt und ja mich im ückel ne scheiß ätzels ich habe eine idee das eigentlich müsste das spiel ist dürfte jetzt nicht spielen so kaputt und müde schlauers laut dem jetzt hinterher raus schon würde wenn ich schlecht ist der warmann sogar nicht noch schneller als das schweiß wie was kommt zurück schauen wir was hier abgeht ja hier geht es mal hier ab scheiß typ mei was nicht genug energie ich habe auch eine energiestation ausgewählt das ist ja wieder so klar naja los wo haben wir ein idee wo haben wir er sollte wieder gehen ich habe mich gebaut hier wird einmal auf deckungstour er ist nicht an der schnell gegen hetzels auch so schockt in dem seht man ja gegen mein woher man bekannst du sollt man heute kann man jemand vorbei ja ich glaube das ist wirklich schneller ist der feierblei das ist nicht so gut hier ist ein sektor wir wollen ja wir haben hier ganz am könne ja so gut das wenig scheiße hallo so ein scheiß so eine abstellung genug energie noch genug energie abstellung und vor energie los über den verdammt die platz macht das noch immer noch keine 100 prozent das ist ja auch pumpen so der ewigkeit bis ich so weit bin Ich hasse nichts mehr als auf Energie zu warten Ihr wisst sicherlich auch Denn ihr sieht mich nichts Außer ich bewege den Joystick Ich bewege den Joystick Ich bewege den Joystick Ich habe dich geschwächt Du scheiß Deckard Ich hasse euch, ihr blöden Pistfiecher Alle zwei wir getötet Und das Schluss Schluss wie lustig Wir haben Feindberührung Was ist denn Zebelin? Was ist denn Zebelin? Eingabe erforderlich Ne, wir waren Panzer Oh, Statsenbomb ist wieder aktiviert Was macht ihr für Scheiß? Geh doch nicht, geh doch nicht Warte, 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 warte Kann doch nicht angehen hier Hier gekackt Scheiße, ey Sehr lolle, stinkend Scheiße, die hier Na, treffe ich die nicht mal hier Obwohl ich hier schon ein Verfolgungsteil habe So, sehr gut Komplizierte Panzers Na, ich glaube ich muss Was bauen Ah, nur mit dem Wasp geht die weg Scheiß, Pantse Oh, wo ist der Scheiß hier? Wo ist der Scheiß Sektor? Na hier, du kannst mich mal, du Penner Keiner für euch Oh, ich auch gar nicht Schwächlinge 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 Oh, war für euch, hab ich jetzt Oh, die hab ich, du Penner Probier Traurig Ja, die Endplus hab ich bekommen Fick sei Naa Komm schon Äh, wasp Gebt mir wasp Steck in ein Nein Ja, los, mach dich galt Das sind nur Panzers Und kaputt Los, was Los Woher stelle ich euch Ja, was ist da zu bedanken Nimm, 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 nimm Opa, was? Das ist Pantse Oh, los, macht was Halte die Panzer auf Ich fliege wieder mit meinen, meinen Superteil hier durch die Gegendläch Go Ich liebe den Weimar, hab ich schon mal gesagt So, jetzt mal ziehen wir aber gleich hier rechts rum Naja, steht doch mal Na, wie gesagt, zum Sektoren erobern ist das Ding nicht wirklich gut Sieht man da, wie der schießt, ne? Und für Panzer auch nicht Wo, 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 wo taugst du eigentlich, du scheiß Ding? Wo, wo, wo taugst du? Na, da kommen noch mehr von diesen Scheißdinger, ne? Oh, misst du aus dem Motiv wieder aktiviert, oder was hier? Fickt euch, wo? Oh, selbst, 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 selbst Kommt die mit her? Na, fliegt solche scheiß Viecher Äh, brauchen Abwehrsektor hier noch Rüffelverstellung Na komm, na komm Na komm Ah, geht doch Hm, Energie braucht Energie Was macht ihr denn hier, ey? Gott, die mehr bleibt scheiße Gott, jetzt schüttelt noch euer eigenen Energiestationen Oh, oh, oh Mann, lad ich auf, du scheiß Teil Und ihr mit euer scheiß Tatzenbombe Geht mir auf den Sack Deswegen würdet ihr sterben Sterben Will ich grad komm ich mit dem Rido hier? Hm, glaub ich nicht Da muss ich zu weit weg Ja, wenn ich alles blockiere Kann ich auch keine Energie haben Das ist ja wohl klar So, wieder in den guten alten Vorhämer Komm Komm Na, los, jetzt Vollgas hier Vollgas auf den Diese scheiß Schlüsselpunkte von den scheiß Flixern Na, hier, wieder Hallo Scheiß, gib mich Scheiß, wirklich Dumm, dumm, dumm Ich bin gespannt, ey Oh, noch mehr Klickschöpfers Oh, noch mehr Lockwerfstellung Na, nix passiert, dass wir dann griffen Was dazu wird zerstört hier Weil mit ich meine, sondern ich weiß nicht Weg damit Ja, was Ihr habt dagegen geballert Die Idioten Zwei Sterne Zwei Sterne Noch zwei Sterne Ein Stern Komm Ja, und Jo, go, go Schießvieh Wo ist es wirklich, du Pistigen? Rohrmallschutzsektor Was ist das, eine Bombe? Oder ein Teil davon? Das ist die Stationbombe Stumpf Na, wo bist du, du Penne? Schnauze voll von dir, du Wichser Ah, stirb Station Oder, beziehungsweise Das Ding hier Ja, ein Terps Weg damit Weg damit Warum Los Bewegt dich Ja Scheiße Weg dich Na, ihr bist am Arsch, du Penner Hier ist mal das gleiche Ah, fuck Moin Das geht nicht Du Penner Komm zurück Komm, komm, komm Ah, der Benner ist fast tot Moin mal Die Kassen schon mal aus dem Weg Was macht die denn, ey Ich krieg gar nicht mehr auf die Reihe Ein Loops Was war die denn, scheiße, jinks oder was Na, das ist meiner Na, wo bist du Getrehte heiße Zone Schöste Kasten, ihr seid Schrott Komm, ich höre, das ist Pissvieh auch wieder Oh, wer du hast hier denn neu gemacht? Nein, 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 ah, verdammt Na, los Fügt die Luke-Förner Ah, Gott, ey, ist das im Kosten Äh, Tigas Tigas Los Mein Vorheimer Los Starke Panzer gegen Starke Panzer Hier müsst ihr das wohl dreißen Ja, das geht doch hier Die Starke Panzer machen das Ja, dass ich die scheiß Basisstation nicht kaputt kriege Ey, das trägt nicht richtig auf Ey, Gott, ey Warum in Wasser Ich habe keine Probleme gehabt Was ist hier mit dem Scheiß Warmer? Ja, Moment Super, Diggi Geht auch nicht Ey, er prügelt euch, macht was ihr wollt Na, wo bist du, du Arsch, du bist immer noch am gleichen Punkt, ne 50, ey Was geht so, Max, Schrott Na, geht doch Juhu, start-up aktiviert, meines Satz-Mobel Du bist auch Panzer Was willst du denn, Panzer? Ja, ne, willst du noch Sektor einnehmen oder was? Geht ich? Geht ich? Oh, du Wechsel Jetzt bin ich hier bei der Überhand Das Party hierhin gesagt Denkstation 1 Plus Ja, 1 Plus Achso, 1 Plus ist die Vierer Ah Das ist nicht die mit den Schützen-Dinger, sondern das ist die verbesserte Ah, interessant Dann müssen wir alles ersetzen hier Oh, 604 Oh, es geht richtig was ab hier So, jetzt fehlt noch Luftwärmstellung 2, dann bin ich zufrieden und glücklich So, boah, hör mal Du hast schon eine Basisstation zerstört Da kannst du auch eine zweite zerstören Entrete heiße Zonen Ja, genau Hast du richtig gehört Jetzt ist rot dran Die Gorkows, diese verkackten Noobse Oh, seid ihr hier, Penner? Entrete heiße Zonen Und dann 8 Minuten seid ihr tot? Kommt her? Ich hab keine Angst Keine Angst hab ich Kommt mal, ein einziger von diesen Menschen Können wir die aufheißen Oh, kaputt Hm Erdrehte heiße Zonen Räucht mal Bomba Na, die haben wir fast nur Luft Fliege hier Oh, ich hab so Angst vor euch Geht doch wieder hin Alle tot Ihr kommt nicht zu mir Was ist bei dir? Hä, was ist bei dir? Hä, was ist bei dir? Und die nächsten Oh, dort Das ist wirklich eine Oh, nachhaltender Maschine hier Schillen die eine Runde oder was? Ein Schuss, ein Treffer Ne? Hui Und tot Hui Und tot Oh, rot Du musst ruhig bewütend sein War ich von dir kaputt Hallo Na, ich glaub ich hab die ja schon Oh, das ist die Station Hallo Oh, das ist die Station Hallo Oh, das ist die Station War wie viele die sektuelle Stationen hatten der Ah Ah Jede Energiestation kriegt man was Nur damit ihr beschäftigt seid Ah Jede Energiestation kriegt man was Nur damit ihr beschäftigt seid So Oh, die hab ich aber nicht gebaut Ich hab keine Energiestation verloren eingebaut Oh Gott ey, die kann hier schon fast gar nicht so viel abziehen wie er auflädt ey Oh, das ist krank Muss muss Seiden Alles nicht Luftabwehrstellung entwickelt Toß, wo war immer Und wo war immer geht hier gar nichts Wo war immer, wo war immer, wo war immer Ich wollte sagen bis das Ding fertig gebaut ist Kann ich wieder eine Luftabstellung bauen Na komm Luftabstellung Will mein Freund sein Du willst mein Freund sein kommen Dafür, dass ich aber überwüte bin Und Ja Eigentlich nicht wirklich energiegeladen Läuft zu gut Hätte ich nie gedacht Oh, du so Nur Eilen hab ich das den Warhammer zu verdanken Warhammer Hi Warhammer Na, für Minuten durchhalten Ich kann ihn auch mal wieder angreifen Du, 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 du Ach du, ne, Radarstation Hallo Radarstation Hallo Radarstation Hallo Radarstation Das ist so, dass die Projektil ab und zu mal darüber fliegen Die ganze Zeit jetzt ohne Das ist immer noch nicht Na, stirb Ich will nicht, dass du mich beobachtest Ich kann nicht beobachtet werden Guck nicht Guck nicht Was gibt's auf die Fresse? Guck Pöne Na, in vier Minuten bist du tot Wir können diese Amtssache noch beschleunigen Ich hole mir nicht wieder die in die Station Und beziehungsweise mach ich kaputt Na, gleich geht's wieder los Gleich guck mal das Kreuschen Na los Da ist noch mein Scout Sektor Na Gott, wenn diese Möpfen nicht so riesig wäre Leck mir am Arsch Äh Hallo? Waren die nicht irgendwo? Ich höre Panzer Einen So, kaputt Da sind die Energiestation Ich guck mal die ganze Energiestation Guck mal die ganze Energiestation Ja, Energiestation Na, bin ich traurig, Energiestation verloren Ich glaub die mag ich nicht Nein, Energiestation Uh, pass ab Hat er Die mich alle nicht treffen? Nee, das ist zu geil Warte, nicht gleich noch tot, ey Noch treffen sie mich nicht Noch treffen sie mich nicht Oh shit Hab ich's gesagt, hab ich nicht's gesagt Hallo Ist ja noch einer Das dulde ich ja nicht Ich dulde keine Anlegstation Hallo, ich drück Stinger seit der Gegend Bumm Ein Auf mich überbomben Zubomben Jo, wieder Und hat er gemacht Hat er gemacht, ohne Scheiß Zwei Minuten dreißig Dann bauen wir noch wenigstens ein paar Äh, Viecher hierfür zum Mitnehmen nachher Dann Wieder hin Wieder hin Oh, ja Wenn er rot schlau ist Dann geht er jetzt noch zu Na hier zur zur Statzenbombe und direkt die Wirt Mann, nö, der gammelt lieber bei sich rum und kam mit seinen Energiestation rum So da machen Mö, egal Weil hier ist noch irgendwo ne Technologie Sektor gewesen Ein sinnloser Technologie Sektor Ach ja, den kriegen wir ja sowieso, ne Haha, wenn das Ding gleich in Luft geht Oh, das ist sinnlos aus Gramache Die Gegend fliegen Eine Minute noch Dann bist du des Todes Des Todes Man ist diese Map Liebe vollgeschaltet Guckt ihr das an Leere überall Leere Toll Würde ich Jahre vor Wochen Hallo Was geht Wie dumm, ich überlebe sogar einen Schuss von der Basisstation Das ist ja übel Aha, hier oben ist der Sektor Äh, der Transporter Dann kann ich hier schon mal los schicken Ähm Ne, da war er Ich bewegt euch schon mal los Sagt doch, da geht eh alles gleich kaputt Ja, mach was du willst Du kommst ja nicht weg Willkommen daheim Na, gucken wie schnell die oben sind Wer schneller Wer schneller Wer schneller Die Foxes Oder die Satzenbombe Schaltet doch beim nächsten Mal ein Wenn das heißt Uwe das holt Ja, wird knapp glaube ich Wann sind wir Essig Wann sind wir noch harm Feine platt Auch wenn das denn los ist 20 Sekunden 30 Panzer Also das W detailed wird eigentlich -"Gen mesen", 6, 10, 4, 3 2 Zwei. Eins. Und es hat Boom gemacht. Das sieht man auf der Karte rum. Kommt da was? Wie lange braucht die denn? Panzeraufrüstungstechnologie erweitert. Trotzdem braucht man hat Boom immer so lange. Panzeraufrüstung für Fox, naja. Biss als nichts. Ah, jetzt kommt die Bombe. Was ist das denn? Rump, rump, rump. Ja, killt aber auch unsere. In den Städten, wie man sieht. Oh, noch 16 Panzer. Rump, rump. Feindliche Tangos ziehen sich zurück. Na los. Sind wir noch alle abgeballert? Ey, ist das dumm. Na, jetzt sterben sie. Rump, 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 rump. Und. Feindliche Basisstation zerstört. Und der Jaguar. Na. Mein Fahrzeugtechnologie erbeutet. Oh, ich hab den Felken bekommen. Dumm. Das Felken ist hier. Hab so'n Scheiß, hätt ich nicht gedacht. Energiestation online. Na ja, Energiestation online. Sobald ich hier weitere Dinger machen kann. Energiestation online. Ich weiß nicht, ist das Transport schon voll? Oh, das war die falsche. Panzerstadron drückt aus. Nein, die sollte abbleiben, ihr Idioten. Verstand. Selbst nimm sie. Ob ich die falsche Energiestation gebaut hab. Oder ein... Plus. Na, jetzt muss ich so warten. Lange warten. Was war's? Was? Energiestation online. 494? Was? Kein Vollenergieausstoß? Was ist das denn? Was ist das denn? Das kann ich eingehen. Das geht mir nicht so aus dem Haus. Na los. 1200, 1300, und. Vollenergie. Wir bauen die Faxis noch. Wenn der gleich voll ist hier. Na, gucken wir uns mal Felgen an. Ich hab mich keine Ahnung mehr, was das ist. Auf jeden Fall. Doch, 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 doch. Ich weiß. Wie wieder was das ist. Ein sehr guter Flieger. Und schnell. Wie man sieht. Und der kann zuschießen. Mit Raketen. Wir sind fast schnell, dass die Raketen... ... gut so eine Energiestation zerstören. Hier, hier, hier. Raketen, Raketen. Hier, hier. Fliegt mit Raketen. Das Ding ist so lustig. Hier haben wir eigentlich fast alle, äh... Ich weiß gar nicht, gibt's überhaupt noch irgendwelche? Irgendwelche Fahrzeuge oder so? Es gibt auf jeden Fall noch, ja... Abstellungen, also Flugzeugabstellungen. Nr. 2 und, äh... ... willkommen daheim. Ja, sonst eigentlich, ne... Es gibt eigentlich nichts Besonderes, totales mir. Nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö... x streamsativenмосlin grande-mmbh. Wir dauern beim Bonnard. Das ist ja nicht wirklich viel. Das wird halt nicht voll gescheitsteil. Go Panzer, go Panzer. Ich will aber was mitnehmen für die nächste Runde. Wer weiß, vielleicht ist es die nächste Runde wieder so eine kleine Mikromap, wo man kaum Energie hat. Wenn das so ist, müssen wir gewappnet sein. Also bewegt euch, ihr scheiß Panzer. Ich fliege in der Zeit noch sinnlos mit den Felgen rum. Los, mach denne, mach denne, scheiß hier. Ich finde die Soundkulissen, die immer lustig sind, wie sie sich verändern, wenn man näher oder ebenso vorbeifliegt. Oh, Hügel lieben die, ey. Da fangen die immer gegen. Oh, schneller. Da vorne ist euer Ziel. Silberin. Meine Fresse ist weit. Gott, die brauchen. Kein Wunder, dass die 10 Jahre dafür brauchen. Was sind das denn? Das sind die langsamen Panzer. Gott, wie sie haben wir nicht. Wollt ihr eine machen? Oh, du stehst schnell, die langsame Teile. Oh, die Foxen überholen euch schon. Die sind fast genauso stark wie ihr. Oh, dafür sind die viel schwächere Verteidigung. Überlebt ihr die Kugel? Überlebt ihr sie? Überlebt ihr sie? Ach ja, das stimmt, das war ja die Verfolgungssensor. Fliegt das Ding lange. Ja, er ist voll. Dann machen wir das übliche. Ah, ein Beamer. Bing. Oh, ihr kommt alle zu spät. Ihr kommt alle zu spät. Alle kommen zu spät. Zu spät. Zu spät. Seht euch die Schlagze an. Seht euch die Schlagze an. Man, sieht das komisch aus. Weil, wie ist denn, bekomme ich überhaupt einen Brocken hier ab? Hat sich genau eine Energiestation 1+. Also die stärkere Energiestation. Radarfrustung für Scout. Das Beste von allen. Also, das hat sich so richtig gelohnt, ey. So, 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 so richtig. Das wäre die Tonbombe. Panzerfrustung. Box. Jaguar. Fahrzeuge. Helgen. Hoee! Ja gut, das war's. Wir haben jetzt Hamburger Hill bekommen. Dummer Name. Und, ja. Wie man sieht, neigt sich das Spiel bald dem Ende zu. Es sind nur noch 10, nur noch 15, nur noch 20 bis zum... Baa! Glaube ich mal. Na gut, Leute. Bis dann. Lebt wohl. Und, äh. Lebt wohl. Baa!